In den Mittagsstunden des 2. Februar kam es auf der B173 in Mösen St. Jakob zu einem Unfall. Auf der Kreuzung Dresdner Straße, St. Jakober Hauptstraße, waren zwei Pkw zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Die Feuerwehr war zum Abbinden von auslaufenden Betriebsmitteln vor Ort. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Südwestsachsen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Verkehr wurde an der Unglücksstelle vorbeigeleitet.